Leo, ein Hase aus Niederösterreich. Produziert von Instant Design GmbH. Leo, ein Hase aus Niederösterreich ist ein vielseitiges 3D-Lernspiel zur niederösterreichischen Kulturgeschichte für Kinder im Volksschulalter. So macht Lernen Spaß. Zahlreiche Spiele und Rätselaufgaben vermitteln kindgerecht Wissenswertes zum Bundesland aus den drei Epochen Steinzeit, Antike und Mittelalter. Von der Venus von Willendorf über das Römerlager Karnuntum bis hin zu den mittelalterlichen Klostergründungen. Die Kinder trainieren während des Spielens ihre Geschicklichkeit, räumliche Vorstellungskraft und Lesefähigkeit.